So gehst du raus? Aus Gründen. So, zack. Lass dich doch nicht schlagen. Den anderen mach ich. Also den mach ich jetzt noch. Sicher? Oder du. Geh, geh auf. So. Äh, schon wieder. Du spuckst hier kein Feuer. Und du rollst nicht rum. Danke. Nein! Aua! Huch, Lava! Huch, Steine! Achja. Minecraft. Haben wir schon so tief gegraben? Minecraft, ein Spiel, welches ich bis vor einer Woche nicht angerührt habe. Und durch mich spielt er es jetzt. Aber ich werde es nicht let's playen, das wird nämlich zu peinlich. Äh, ja, der Julian, der let's playt eigentlich sowieso nicht. Außer bei mir. Ich würde es eigentlich, ich würde es machen, wenn ich spielen könnte. Joel ist ein Weib, er kann nicht zocken. Ne, warte, das passt nicht. Ha! Ich kann zocken, aber nur... Bedingt. GTA. Ach, warte mal. Warte mal. Du stellst dich bitte über das Fass. Welches Fass? Achso. Über das Fass zu fassen. Da hin. So. Du musst es nämlich hochschießen. Oui. Ja, das Gehirn hat wieder gesprochen. Ta-da. Ein Knopf. Zwei Knäppchen. Ein toter Goofy. Oh-oh, Zicknülle... Hier, ein bisschen... Na mal auf Feuer zu... Geh doch bitte die andere Richtung. Oder noch so. Zack! Und Flack! Und Flack... Zack und Flack-Fickli-fack. Oder so. Tadam! Ah! Ah, ich hab ja noch die... oh! Kerze. Ich hab die Kerze. Ach, du hast die Kerze. Ähm... dann... wie war das? Das... genau, warte! Der muss nach... geht nicht. Bleib bei mir dann, das Licht größer. Ähm... Ja. Können wir... können wir nicht kurz tauschen? Den nach oben? Warum? Achso, ja. Doch, doch, doch. Hä? Der nach oben und nach da. Achso, und dann kann man den da. Dann kannst du den nach oben machen, genau. Warte, ist da an der Ecke noch was? Den da... den... Genau, den nach rechts... und nach... geh da weg. Achso, nach oben. Genau. Ähm... Den da zur Seite? Ne. Das bringt nichts. Doch, das war doch der, den man so um die Ecke... nein, doch nicht. Wenn man den da hinmacht und dann da hin will, ist das Kacke. Da ist auch noch einer. Ja, der ist ja... äh... oh. Ist das doof mit dem Licht hier. Gehen wir noch mal raus und holen die Fackel. Wo willst du die denn holen? Ich hab... Da stand doch eine. Ja? Oh, ja. Da, 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 da. Da war auch schon eine Glocke. Ah, herrlich. So. Allerdings. Du bist doch... du sollst... seit Beginn... seit... 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 weiß ich auch nicht. Aber seit wir das das erste Mal gespielt haben, nennst du mir in die Sachen rein. Jetzt geh da weg. Das macht nicht Spaß. So. Jetzt doch. Da nehmen wir. Waaah! Schießen rein, baby. Schießen. Ach, soll ich meinen Rammeln rein? Wenn Tim das hört, nein. Oh Gott. Aber wir gehen nach da und nach da und nach da und... das hat voll keine Logik. Da fehlt der eine noch. Die Hände zur Seite. Und dann nach unten da hin. Nein. Oh, ja. Schieß ihn zur Seite, bitte. Hallo. Man muss auch davor stehen. Ich will das machen. Ich will das machen. Geh weg. Geh weg. Und mit den anderen hoch. Ne. Ah. Genau. Gertrude. Ah. Endlich wieder Licht. Und jetzt hier die Glocke, dann nütze ich. Ein wenig. Danke. Ah, die habe ich schon mal hier in Schach gehalten. Ja, versuchst du hochzubekommen. Wenn sie sich nicht wie ein Ball rollen. Aua. Nein, 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 nein. Du bist böse. Ah. Ah. Ich halte die hier schon mal in Schach, bis du da fertig bist. da werden. Das Ding jetzt keine mehr. Aua. Warte. Kommt mal her. Kommt mal her. Alle beide. So, schieß. Mist. Ähm. Ähm. Noch nicht. Lock her. Aua. So. Jetzt lock ich den mal hier. Den kannst du nicht wegschieben. Ich weiß. Ähm. Ich lock ihn mal hoch. Genau. Das Ding explodiert. Ja. Verloren. Äh. Ich hab mich gemoppelt. Ich geh raus wieder rein. Aber wieso? Weil du tot warst. Oh nein. War ich nicht. Schieß nicht bei dir. Oh fuck. Okay, dann versuche ich jetzt meinen Griff. Na? Na? Ihr seid doch scheiße. Das sagt man nicht böse. Haha. Ach. Das wird jetzt ganz relativ einfach. Ich hoffe ich. Uh. Ist das... Äh. 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 Moment. Wenn du da bleibt. Genau. Und... Ich versuche bei ihm. Nein, nein. Das mache ich. Das mache ich. Ich bleibe da. Nein. Okay. Ja. Ja. Ich habe einfach... Ich habe mir das gesehen. Genau. Ach ja. Ähm. Ähm. Genau. Ne. 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 Einst, wenn die Welt geht unter sie denkt nach. Uuu. Äh. Ah, ich hab sie. Den. Werner. Werner. Recht. rechts? Ja. Den kannst du jetzt auch... Okay, machen wir das schon. Was hat aufgehört zu rauschen? Was hat aufgehört zu rauschen? Der Wasserfall. Achso. Ach ja, ich höre das ja nicht. Dein Laptop rauscht aber wie Sau. Ja, ich hoffe, das hört man nicht. Ach nee, man kann ja hier rumgehen. Oh, Banana. Banana phone. Banana phone. Charlie. Goofy. Ich warte immer noch auf die Gurken in dem Spiel. Goofy, komm, lass uns doch Candy Mountain gehen. Wir müssen doch noch auf den Items drunter sind. Ja. Nee. Meins, meins, ich will durch, ich will durch. Nein, 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 nein. Wenn du so lahmeischig bist. Ist das schon der Boss? Ja. Cool. Ach, der. Oh Gott, der. Oh Gott. Oh mein Gott. Der ist voll cool. So richtig. Halli. Nenn dir den Rüdiger. 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 Das andere ist Eber. Gabriele. Rüdiger und Gabriele. Ähm, wie du meinst. Bam. Hallo Gabriele. Am besten stellen wir uns mal auf so ein Kreuz. Ja. 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 Da ist Rüdiger. Rüdiger hat seinen Schmatz verloren, der Arme. Jetzt kann er nicht mehr einen noch. Boah, sag, wach, sag. Jetzt gehen wir wieder einmal rum. Gabriele. Mist, man kann nur noch einmal drücken. Nein, 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 ich gehe da. Rüdiger ist wieder da. Guten Tag. Hä? Ich habe doch seinen Kopf getroffen, oder nicht? Das ist ein schlechtes Gefühl, wenn ich hier stimme lasse. Boah. Bei mir kommen keine Nägel. Ich komme die Nagel. Okay. Da. Hi. Der kommt wieder, der andere. Kommen die nicht auch mal beide gleichzeitig zu machen? Doch, aber erst wenn beide gleich lang sind, wo sie ist. Ich weiß nicht. Ich kenne, dass er noch fit zu ist. Ah, da sind die beiden. Hui. Stellt sich auch direkt rein. Ach, gut. So. Huh. Ich nehme da Rede. Oh. Oh. Ja, lass dich treffen. Immer, immer muss ich, ja, klippbar. Ich habe nicht. Immer muss ich die Bosse alleine machen. Oh. Ach ja, da war ja was. Gut, dann mache ich das halt alleine weiter. Rüdiger und Gabriele, komm, bis zu Haus. Ja. Ja. Ich treffe nicht mehr. Meine Treffsicherheit ist gesunken. Dann stelle ich mich mal hier unten hin. Genau. Diesmal möchte ich Rüdiger abknallen. Das war voll daneben. Wieso treffe ich nicht mehr? Das ist voll gemein. Hm. Na gut. Wo kommen die denn diesmal raus? Da. Und diesmal treffe ich. Ja, getroffen. So, ich höre Julian wieder vom Klo kommen. Er hat bestimmt mächtig einen abgeseilt. Aber wieder ein Strahl. Oh Gott. Ich habe gerade wieder so nichts gefunden. Meine Treffsicherheit ist gesunken. Wir sind doch nicht so was. Du hast dir das zu viel vorgestellt. Äh. Bilder. Schöne Bilder. Aber jetzt sind sie wieder gleich so. Das letzte Mal war ich bei dem Boss besser. Da war ich doch auch alleine. Nein, beim letzten Mal war ich nicht. Warst du nicht alleine? Doch. Nein. Ich bin immer alleine. Ich bin einsam. Ich habe Depressionen. Die Endzeitnudel. Genau. Ich bin Endzeitnudel. MEIN! Du bist dein Weib und kannst dich zocken. In dem Fall trifft das wohl zu. Ah. Hui.